Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzliche Willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 15 Wir befinden uns hier direkt vor der Arachulei Bathes, dessen Namen ich nicht aussprechen kann Und ich habe hier gerade gemerkt, dass hier irgendwie so ein roter Schimmer ist, so eine Art, ich weiß nicht, Barriere Irgendwo ist sie, hier irgendwo, oder ist sie auf dem Boden Es ist ganz seltsam und deswegen habe ich mir geschlossen, hier die Aufnahme zu starten Um ein Stück weiter zu laufen Ich muss auch sagen, ich genieße jede Sekunde von diesem Spiel, es ist einfach so genial Nicht schon wieder Sie hat uns so viel geholfen die letzten Tage Dabei hat sie sicher Besseres zu tun Und alles für nichts Hätten wir bloß den Leihwagen angenommen Ein Leihwagen ist kein Regal, ja Stimmt, das wäre nicht dasselbe Und Sidney weiß sich zu helfen Ob, ob sie wohl bald wieder anruft? Klar, nur leider nicht so schnell, wie du es dir wünschst Was ist das für ein roter Schimmer? Ist das das da hinten? Ist das, was ist das? Oh Gott, ich muss das herausfinden Eine richtige Festung Wie kann sie mit diesen soliden Mauern überhaupt fliegen? Unglaublich Die Mauern sind Überbleibsel eines früheren Krieges Das Imperium nutzt sie, um seine Basis nach außen hin zu verstärken Wir brauchen einen Plan Infiltration der Achroles-Basis Erhol dich vor Beginn der Operation durch eine Übernachtung am nahegelegenen South Moog Refugium Ignis wird an der Lagerstelle die Strategie erklären Okay Wieso bin ich da nicht zuerst hingegangen? Wieso musste ich zuerst hierher kommen? Nur um klarzustellen, dass wir eine Pause brauchen Ich habe ein Refugium unterwegs gesehen und dachte mir Hm Vielleicht soll ich da eine Pause machen, um zumindest was zu essen Also, und dann so ein Scheiß Ich habe es natürlich nicht gemacht, schlussendlich, aber Das wäre halt schon, äh, mein Plan gewesen Zu pausieren Naja Können wir die Fotos, äh, mal angucken, ne? Wui Falsche Taste Zeit Schlafen unterm Sternenhimmel Ich bin schon gespannt, wie es weitergeht Ich will mein Regal ja zurück Wir müssen noch die andere Nebenmissionen machen Ich wollte nur ganz kurz die Hauptmission anschneiden Ja, 0 Tage vergangen Kam mir vor wie 10, aber hey So, wir müssen was richtig Gutes essen vor dem Kampf Das ist ganz klar LP Maximum Schutz vor Gift Ich glaube, Gift werden wir da nicht antreffen Ich glaube, wir müssen was Hochwertiges essen Zum Beispiel eine Dose Nudeln Äh, LP Maximum 800 Uh, der sieht gut aus Uh, 1000 LP, LP, EP gewinnen 30% Pfundrate 50% Ja, LP Maximum 1000 ist schon echt cool Ähm Feuerresistenz Ich glaube, wir gehen auf Feuerresistenz Das, äh, wird's besser sein Äh, was haben wir hier? Gemüse für die Jocobo-Aufzucht Ist steigert vorübergehend die Geschwindigkeit Gut, komm Fotozeit, Freunde Fotozeit Grünes Curry Oh, das sieht so gut aus Oh, das sieht so gut aus Wie kann das nur so gut aussehen? Die Japaner und die Essen, ne? Okay Die anderen erreichen endlich jetzt auch mal ihre 34 Vielleicht sogar mehr Oh Gott Das war ja gar nichts So Ja, schickes Bild Da will ich mal nichts zu sagen Dort wimmelte es nur so vor Feinden Das stimmt Wieso hast du dieses Foto geschossen? Nur weil ich gesagt habe, dass da hinten wahrscheinlich Feinde sein werden Oha Oha Oh, das sieht gut aus Das sieht gut aus Fotospeichern Ja, klar Fototeilen Sicherlich Ich habe Ich habe etwas Rahmen? Ich mag das weiße Äh, ich habe herausgefunden Dass ich Mit meinem Handy schreiben kann Auf der PS4 Das müsst ihr euch gleich mal reinziehen Wenn es funktioniert Es funktioniert nicht immer Weil Es wäre ja zu einfach, wenn es immer funktionieren würde Und es wäre auch zu einfach, wenn ich jetzt sofort die App finden würde Äh PlayStation Das ist für die Spieler Wir wissen nicht, wie wir das alles hinkriegen sollen Komm, verbinde Verbinde es einfach Yeah Ah doch, jetzt geht's Huh Okay Ich kann jetzt hier machen, was ich will mit meinem Handy Das ist einfach genial Ich schreibe einfach Die Macht Okay Man muss dazu sagen, meine Daumen sind zu fett Um mein Handy irgendwas hinzukriegen Die Macht beschreibt man groß übrigens Die Macht War doch gar nicht da Wenn sie auf dem Foto ist, dann Muss sie wohl da gewesen sein Seltsam Ich erinnere mich gar nicht, dass sie dabei war Ein Geisterfoto Ein Geisterfoto Ist ja gruselig Eigentlich nicht Irgendwie nicht So, erklär mir deinen Plan Los Ich bin gespannt drauf Ich bin gespannt drauf Das wollen die überhaupt mit dem Ihr habt bis Sonnenaufgang Zeit, den Regalier zurück zu erobern Ach du Scheiße Okay Okay Gar kein Problem Das schaffen wir Suchen wir als erstes den Regalier Wir dürfen nicht entdeckt werden Lasst uns mit äußerster Vorsicht vorgehen Bei Tagesanbruch Ziehen wir uns zurück Ja Selbst wenn wir den Wagen bis dahin nicht gefunden haben Wir müssen auf Nummer sicher gehen Schleichmissionen Ich mein, ich mag ja Schleichmissionen In anderen Spielen Naja Gut Vielleicht muss ich hier so durch die Gegend Aktive Basis Auf mein Signal greifen wir an Bis dahin haltet eure Positionen Okay Drei Zwei Eins In Imperialien In Imperialen Basen kannst du Gegner durch Warp-Angriffe von hinten mit einem Schlag ausschalten So Nutze die Gelegenheit für ein Warp Ausschalten Wann immer sie sich bietet Jetzt dreht er sich um Oh Okay Vielleicht war das mit dem Handy nicht so eine gute Idee So wird das gemacht Großartig, Noct Spitze Okay, das haben wir schon mal gemeistert Ich glaube, wir dürfen nicht ins Licht treten Geh dir nichts ins Licht, Zero Was machst du denn? Noct, was ist denn? Suchscheinwerfer Es ist wieder sicher Schön vorsichtig Willst du mich verarschen? Ich wollte hier nach rechts gehen Und er läuft nach links in den Scheinwerfer rein Und sagt Hör auf Hey Oh je Versteckt euch Nee, ach Ist weg Das war ein Magitek, Meg Mit dem will ich mich nicht anlegen Unser Ziel ist der Regalia Bleibt in den Schatten Okay Ihr macht es mir echt nicht leicht, Jungs Ihr seid so behindert Ganz ehrlich Ich habe mich schon langs links verzogen Bleib von hinten an Beende es, bevor es jemand merkt Sieht er mich? Nö Okay Nicht übernockt Aus dir wird noch was Gesundheit Zero Danke, Zero Wow Dass ich zwar mit diesem Muster habe ich jetzt nicht berechnet Okay Ich darf doch nicht den Scheinwerfer vertreten Ich gehe einfach hier lang Ist es sicher Musst du den Scheinwerfer treten? Wollt ihr mich verarschen? Ja, falsche Taste Ich weiß Ich habe zuletzt Xbox gespielt Ist das die Stromquelle? Ein Magitek-Sender, wenn mich nicht alles täuscht Das würde erklären, warum die Magitek-Infanterie in der Umgebung so ungewöhnlich stark ist Zerstören wir ihn Dann müssen wir nicht schleichen Nein Erst müssen wir den Regalia finden Leise jetzt Wir dürfen sie nicht alarmieren Okay Ach, verdammt Du wurdest entdeckt Um die Hilfe musst du zuerst alle Gegner ausschalten Okay Das klingt logisch Machen wir das doch mal Ganz ehrlich Macht das doch viel mehr Spaß Auf welcher Seite stehst du? Auf meiner Gib mir FP Ach man Und das noch einer Naja Das war einfach Naja Also wirklich schleichen muss ich eigentlich ja nicht Ich habe es mir schwerer vorgestellt Ich dachte, ich muss hier wirklich schleichen So dass ich zurückgesetzt werde, wenn ich erwischt werde Oh naja Aber wir versuchen es trotzdem Ist ja klar, ne War ein bisschen blöd gelaufen War vielleicht nicht die beste Idee, da hochzuspringen Aber ne Ja Ja, cool Ja, gehen wir nicht dann drunter durch Nein, das könnte ja sicher sein Vor allem muss ich Oh Ich habe den Regal hier gefunden Da ist das gute Stück Heute muss unser Glückstag sein Ja Er scheint glücklicherweise unbeschadet zu sein Licht, Licht Oh Gott Ja, neuer Plan Wir müssen den Regal ja irgendwie hier rausschaffen Lass mich mal zuerst den Dude hier analysieren So Hups Äh Seine Schwäche ist Ein Schild Okay Äh Was habe ich? Ja, logisch habe ich das Kraftschild Au Ich bin verwirrt Oh, zertrümmert Niedergeworfen Haha, der hat gar keine Chance, ey Ist er schon kaputt? Durchhalten Es ist noch nicht vorbei Offensichtlich, ja Vielleicht hätte ich ein Stück weiter weggehen sollen Supertrank für Gladio Der irgendwie total zerfetzt worden ist Und ein Supertrank für mich Zielt auf die Magitek-Tanks Die Explosionen werden für uns alle Gegner im Umkreis aus dem Weg räumen Nimm Geschütztürmer ein und Ziele auf Magitek-Tanks und Gegner in der Nähe durch die Explosion großen Schaden zuzufügen Aber wo sind die denn? Ah Schluss jetzt! Da ist doch sowieso kein Schweine in der Nähe, ganz ehrlich Mach einfach auf den hier Deine Zeit ist rum Die sind sowieso schwach Ich glaube, es wäre schneller gegangen hätte ich sie mit meinen Waffen erledigt Oh, da kommt noch mehr Was zum Teufel hat mich Was zum Teufel hat mich Möchtest du verarschen, oder? Jetzt geh doch ans Geschütz Meine Fresse, bist du dämlich, ne? Ach, da ist irgendwo ein Sniper am Start Da Habe ich dich Habe ich dich, du kleiner Kackvogel Ich treffe ihn nicht Ach, ich habe Ich schwör's dir, ich hasse dich, du Bist wie die Pest Du willst mich doch verarschen Ich komme rüber Schluss Alter, ich mach dich jetzt kaputt, ey Komm her Drecksack, du So, jetzt mach ich euch Ich mach euch mit meinen eigenen Fäusten fertig Kommt her Ich hab keine Angst vor euch Los Los Ich mach euch sowas von kaputt Ihr werdet heulen Ist ja keine Sau Ach Zerstören wir den Magitek-Sender Und räumen wir hier auf Nockt Fügt dem Sender so viel Schaden wie möglich zu Das müsste den Feind schwächen Das wird aber laut Wir wurden eh schon entdeckt Gib alles Okay, auf geht's Jetzt bin ich verwirrt Wo ist das Ding? Okay Gehen wir mal rüber da Wie auch immer Hey Das empfinde ich jetzt als sehr verwirrend Ich glaube das Ding wäre irgendwie zumindest Weiß nicht In der Nähe Wie soll ich denn da rankommen? Hä Mit dem Geschütz vielleicht? Soll es was ich irgendwie Was sein könnte Ups Das einzige was hier noch wäre ist Achso Vielleicht sollten wir einfach durch die Tür gehen Machen wir uns die ganze Basis zum Spielfeld Wir verwirren Sie durch unsere Bewegungen Dann haben wir leichtes Spiel Ja, ich hab sie verwirrt Definitiv Hilfst du's Huh Das ist noch so ein Roboter Ich würde glatt behaupten Gar kein Problem Ja Treffen Noctis Treffen wäre echt erste Sahne Du Easy Aber jetzt laufe ich weg Lauf Lauf so weit weg wie du kannst Okay Aha So Next step Äh Verwirrend durch die Gegend laufen Ist immer gut Das war ja der Plan Wir sollten verwirrend durch die Gegend laufen Ich tue nur das was er mir gesagt hat Und dann Durch wahrscheinlich noch ein Tor Dann zwei Roboter Würde ich mal sagen Ich meine man versucht es ja immer ein bisschen stärker zu machen Die Gegner Also ich vermute mal Das sind gleich zwei Roboter Bist ein bisschen größer Bist du ein anderer Nö Na gut Was hast du ein bisschen mehr Leben du Was sollen die nur tun Au Was denn sonst Von hinten Komm schon Achso kann ich noch gar nicht Niedergeworfen Ha Jetzt muss ich nur noch treffen Okay Jungs Lauft so weit weg wie es geht Wenn Noctis Leben in Gefahr ist Leit der Donnergott Ramu Ihm eine helfende Hand Durch sein Eingreifen Lassen sich viele Feinde auf einmal besiegen Aha L2 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 oder Ne L2 ist das hier Ich drücke Ich drücke Drücke Ach scheiß drauf Das ist mir egal Der kommt klar Was ist hier los Okay Ich gebe ihm mal einen super Trank Promto Achso 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 den Sender Keine Ahnung Ich habe L2 gedrückt Das Magitek Feld wurde deaktiviert Das ist unsere Chance Auf geht's Die Magitek Sender wurden zerstört Und deine Gegner sind geschwächt Schalte alle Gegner in der Bewegung aus Das ist ein bisschen einfach Gib meine FP Jawoll Oh Ich bin in der MP Ekstase Äh Ist das Ekstase? Ich weiß es nicht Lass mir Lass mir bitte meine FP Bitte nicht ganz töten Bam FP Nein Okay Ist das einfach kaputt gegangen Hey Alles klar bei dir? Ach Beschwören Ich drücke L2 Okay Bin gespannt Ich meine Ich habe jetzt hier keine Gegner Aber wir können uns das nächstes mal angucken Oh Sieht gut aus Nice Gott Ach da war noch eine Maschine Achso Göttern sei Dank Mann Das war ja Irre Und allem Anschein nach äußerst effektiv Ja Kommt Gehen wir zurück zum Regalia Ja es wird auch langsam Tag Wir sollten uns beilen Ich habe einfach mal die ganze Basis ausgelöscht Ja Kinderspiel was Dieser Teil hier ja Durch diese Mission haben wir dem Imperium heute schwer zugesetzt Der General wird äußerst zufrieden mit uns sein Bestimmt erwarten uns in Zukunft noch öfter solche Missionen Wir sollten einen Namen dafür finden Hä? Vielleicht Den Typen zu beschwören Aber ich weiß nicht wieso es nicht funktioniert hat Ich habe die ganze Zeit L2 gedrückt Vielleicht muss ich so K.O. sein dass ich es unbedingt einsetzen muss Wo ist der verfluchte Durchgang? Dann ist mir Geht alles hoch Dann springe ich da rüber Das ist mir scheißegal hier Dann springe ich da rüber Ich kann doch nicht drüber springen Ihr seid scheiße Ihr seid einfach scheiße Wo soll denn dieser gottverdammte Weg sein? Okay Zero Konzentrier dich Erinnere dich an den Rückweg Ich glaube wir sind hier durchgegangen Da war ja die kaputte Mauer oder? Hä? Da ist keine kaputte Mauer Hier ist die kaputte Mauer Okay Okay hier sind wir durchgegangen Und von da sind wir gekommen Aber da war ich doch gerade Da war nichts Türartiges Ah ich muss hier hin Ach das ist gar nicht kaputt Das ist so nahe Tor Wir stehen Abkürzung Yeah So Regalia Endlich kann ich wieder mit dir fahren Kleine Nebenmissionen beschreiten Und für ihren immer immer glücklich sein Jungs Lange nicht gesehen? Noctis Davos Also hast du die Kraft von Ramuh empfangen Und dabei Weißt du nichts über die Konsequenzen Ey Stehen bleiben Alle Was geht Hier vor? Niemand war so würdig wie ich Erstarrt in Ehrfurcht vor dem König Lang lebe der Erwählte des Kristalls Ganz schön arrogant für einen Verräter wie dich Nicht mal deine eigene Schwester ist sicher vor dir Was erwartest du von einem General deines Feindes? Hm Schild des Königs Hast du was dagegen? Ein brüchiger Schild schützt niemanden Du Dreckskerl Vielleicht ist dein Schicksal Dass du heute hier stirbst So Genug jetzt Kinder Brauchst du Hilfe? Nicht von dir Lass mich doch helfen Spar dir den Spott Ich lass das Militär abrücken Und was? Springt für dich dabei raus? Vielleicht können wir das in Altissia besprechen Wir haben nämlich auch etwas mit ihrer Heiligkeit zu bereden Stimmt's? Wir sehen uns dort, Majestät Gute Reise Was zum Teufel? Töten! Wer war Der Typ? Das war Ravus Er ist Luna Freyas großer Bruder Was? Zur Hölle? Der große Bruder von Luda? Er wollte mich verarschen Hat gestern die Sperrung der daskischen Fernstraßen aufgehoben Die zur Durchsetzung der Sperrungen errichteten Anlagen werden derzeit restlos abgebaut Die lutzische Interimsregierung rät trotzdem von einer Benutzung der Verkehrswege fürs Erste abzusehen Da es vermutlich noch einige Zeit zu weiteren Verkehrsstörungen kommt Also dass der Typ auf der Basis Lunas Bruder war Der Oberkommandant von Niflheim Sein Vorgänger muss wohl gefallen sein Im Krieg kann sogar ein Sohn Tenebres aufsteigen Aber warum will er das überhaupt? Wen kümmert's? Zumindest kämpfen kann er Er will Macht? Da lasse ich ihn meine spüren Was ein komischer Dude Na Freunde Ich hoffe euch hat die Folge gefallen Wenn euch die Folge gefallen hat Könnt ihr mir natürlich einen Daumen nach oben drücken Das hilft meinem Channel Und er freut mich sehr Wir sehen uns morgen zu einer neuen Folge wieder Und dann Gucken wir mal Was wir so hier haben Wir fahren erstmal nach Lestarium Ja ist gut Wir können einmal ganz kurz Nach unseren Missionen schauen Die ich jetzt irgendwie nicht finde Weil die vielleicht momentan nicht aktiv sind Ja wir fahren morgen nach Lestarium Und erklären wir erstmal den ganzen Scheiß auf Warum der böse nett zu uns ist Warum ist Lunas Bruder der böse Ich weiß es nicht Hau rein Tschüss